Aufgabe 2, Sinus- und Cosinus-Funktion. Da steht, die Funktion Cosinus von x kann durch die Sinus-Funktion beschrieben werden. No, na, sage ich jetzt mal. Und jetzt steht da, welche der nachfolgenden Sinus-Funktionen beschreiben die Funktion Cosinus von x? Na gut, schauen wir uns einmal an, wie schaut den Cosinus von x aus? Schaut doch so aus. Beginnt hier oben bei 1 und schwingt dann einmal zwischen 0 und 2pi. Und jetzt soll ich genau diese striklierte Funktion durch eine Sinus-Funktion darstellen. Und da ist es wieder ganz günstig, wenn ich mir überlege, wie schaut eine Sinus-Funktion aus? Nämlich so, wie hier diese blaue Funktion. Und die blaue Funktion soll ich jetzt so verändern, dass daraus eine Cosinus-Funktion wird. Denn ich soll ja mit einer Sinus-Funktion eine Cosinus-Funktion darstellen. Und da sieht man sofort, ich muss die nach links oder rechts verschieben. Nämlich, entweder kann ich die blaue Kurve hierher verschieben. Das heißt, um hier ablesen, pi halbe nach links. Und nach links verschieben bedeutet ja, dass ich addieren muss. Also wenn ich pi halbe dazu zähle, machen wir das mal. Pi halbe ist ungefähr 1,57. Dann liegt die blaue Kurve genau über der striklierten Kurve. Das ist die erste Möglichkeit. Also pi halbe addieren wäre hier oben. Also das Kreuzeln muss mal gesetzt sein. Gibt aber noch eine zweite Möglichkeit. Ich könnte die blaue Kurve ja auch nach rechts verschieben. Dann schaut mal da von hier. 1, 2, 3 Striche weiter. Jetzt muss ich nur überlegen. Ich habe immer bei pi halbe da eine Markierung gemacht. Das ist 1 pi halbes, 2 pi halbe, 3 pi halbe. Also ich könnte es auch 3 pi halbe nach rechts verschieben. Und nach rechts verschieben bedeutet, das ist jetzt wieder Lernstoff gewesen, dass man subtrahieren muss. Ja, also schaut euch das mal an. Ich verschiebe hier um 1 pi halbe, 2 pi halbe, 3 pi halbe nach rechts. Also muss ich subtrahieren. 1 mal pi halbe subtrahieren, 2 mal pi halbe subtrahieren und jetzt bingo. 3 mal pi halbe subtrahieren bedeutet, ich habe jetzt auch wieder eine Kosinusfunktion. Also ist auch dieses Kreuzel richtig. Ich muss von diesem x hier 3 pi halbe subtrahieren. Dann verschiebt sich die Kurve genau um 3 pi halbe Einheiten nach rechts. Also dieses Kreuzel muss gesetzt werden und dieses Kreuzel hier muss gesetzt werden. Das ist die Kurve konnte noch ein!